Hallo liebe Leute, Willkommen zurück aus der Höhle im Wald. Mit dabei der Manfred und der Junter. Und wir wärmen uns gerade ein bisschen auf. Junter, Hunger. Gib dein Mani was zu essen. Warte, warte. Ich durche nochmal ein bisschen Geld drauf schmeißen. Da hinten ist ein Licht. Und da hängen Seile an der Wand. Warte. Warte ganz kurz. So, Manni was ist jetzt? Hier hängt auch eine Axt in der Wand. Och guck mal. Warte. Das hab ich mir jetzt genommen. Was habt ihr euch genommen? Hier war so ein Eispickel in der Wand. Hier. Bild von einer Kettensäge. 500 Neutschein gekostet. Warte, das ist eine Kleinbing-Axt. Guck mal, warte mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Aha. Jetzt. Guck mal. Wie komm ich denn weiter hoch? Wie macht ihr das? Achso. Warte. Oh ne ohne wohne wohin? Hier links. Links ist sicherlich. Wie ist denn los? Ach ... E. So. Show. Ke 번째. Kommt man auch ein Felsen runter? Oh! Guck an und da! Oh! Der hat guckt vor uns! Oh mjottes Wille, das sind vier Stück! Zack! 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 So, einer liegt Aua! Aua! Es ist so dunkel! Ich bin hoch, Leute! Schünder macht keinen scheiß! Ehhh.. Er hat der Schünder! So, warte! Ja, 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 die machen gerade... Oh, der kommt an die Sprungen. Wo ist der hin? Da. Ich weiß ja. Da sind noch mehr. Wir haben sie am Boden, ja. So. Ja, hinter euch. Ich hab aber ihn kaputt gemacht. 1, 2, 3, 4. Alle liegen. Wunderbar. Oh, Alter. Jetzt brauch ich aber noch mal... Nehmedizin hab ich noch. Da snack ich mir mal noch was. Lasst mal langsam weiter gehen. Ich geh da weiter. Entschuldigung. Wir müssen zu dem großen Baum. Großen Baum ist weg bei uns an der Bude, du. Ja, aber jetzt müssen wir erst mal Hölz holen. Wir müssen definitiv erst mal Hölz holen. Da. Oh, hier liegt einer. Ach du Scheiße. Der hat was dabei. Ich hab das mal genommen. Was hat der denn dabei? So. Äh, ich weiß ja nicht. Dort ne Schokorie. Da hinten liegen Seile. Oh. So. Seil geschnappt. Ach, hier ist wieder so ne Kletterwand. Okay. Die können wir wieder mit der, mit der Haken. Na nun äh, läuft's aber bei mir. Ich hab grad zehn Schokoriege gefunden. Nicht schlecht mein lieber Herr Gesangsverein. Wo geht denn dann? Ah. Die müssen nach rechts. Äh, warte mal. Ja. Äh. 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 So. Hier ist auch wieder Seil. Und hier. Ja. Hier geht es hoch. Seht dich Günther. Ich bin da. Boah. Und ich mit meiner dicken Plauze. Da bin ich ja gar nicht mehr gewohnt du. So. Ich seh Licht. Da oben. Okay. Warte mal. Hier. Komm nicht. Hier ist's. Ja der Hammer ist das. Seid ihr jetzt einfach das Seil hoch? Ja. Einfach das Seil hoch. Hier ist der Ausgang. Och Gottseidank. Och. Und das ist Tag. Alter Vater ey. Das ist Jotzer Dank Tag. Ich bin trotzdem dafür, dass wir unsere Hütte aus dem Fert spauen. Ja. Jetzt wo wir die Kettens hier haben. Zack. Rein ins Boot. Alter. Das Ding voll geknackt mit Holz. Und ab geht die Luzi, oder? Ach. Da ist eine Lursch. Au. Ich kann vorbeihauen. Boah. Sonne. So. Männers. Ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. Aber sag mal. Sind wir hier rein? Nee. Hier sind wir nicht rein, oder? Nee. Hier sind wir nicht rein. Wir sind irgendwo anders rein. So. Hey. Guckt mal. Sonny. Ja? Hä? Guckt mal. Ja. Macht er den hier? Harald. Ja. Dich. Och. Ihr Schweine. Och. Der hat sich versteckt. Aber sag mal. Wo sind wir jetzt? Hier. Guckt mal. Hier sind sie. Schöner. Oh. Scheiße. Abgerutscht. Schöner. Findest du das ist weit bis heim? Keine Ahnung du. Wo steht einer? Ey. Guck mal hier. Manni. Was? Hier. Komm mal her. Oh. Okay. Ich dachte das wäre Dynamit, ne? Ne. Wieder nur die Leuchtdinger. Ey guck mal. Was macht der denn da? Der oraniert am See. Da höre ich den runter oder? Ich höre ich den runter. Warte mal. Ich läch mich ran. Ey. Manni. Was? Links von dir. Guck mal der was der hieß. Ah. Der Cockpit. Der Cockpit verfluchte sich. Da müssen wir hin. Alter. Hau mich weg. Wie kommt denn das hier hin? Da muss ich hin. Oh du. Oh was ist denn hier? Eine Blandie. Oh was ist denn das? Elektrische Bauchseite. Da ist. Okay. Leute. Guck mal hier was da liegt. Oh ne Flair. Ne 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 Flairgun. Was ist das? TV Star? Irgendwann. Da sind wir. Warte mal. Wir müssen. Ne Flair? Ah. Ne Flairgun. So. Hab ich. Da kann man die bestimmt mit anzünden. Die Jönigs. So. Da oben ist ein Dorf noch. Aber wir müssen ja auf der anderen Seite sind. Da lungern sie wieder. Wartet mal kurz bevor es weiter geht. Wartet mal kurz bevor es weiter geht. Oh eine Bande baut. Gehe nach Hause. Tschüss. Hier ist ein Losche. Ach. Ich will wieder dann vorbeihauen. Bleib stehen. Manni kommst du oder was? Ja. Ich bin ganz nah dran. Manni. Will die mich trollen? So. Warte. Wo ist das Haus? Das ist dahinter. So. Wir müssen oben hoch. Wo ist es? Ich geh. Oh. Komm. Oh. Ich glaub. Der hat mich gut getroffen. warum hat er mich denn jetzt das war ich so ganz weg ich muss langsamer machen ich bin ganz schön aus der brüste aber eine höhlenerkundung ich bin ja gespannt wie die ketten sie geht ja da bin ich auch gespannt könnte man eine probe baum fällen denk dran die braucht sprit dann lassen wir weiter geht's da haus ist nicht mehr weit weg ja und links sind auch wieder weiber so lange zu dritt hier als männer ich könnte mal wieder vertragen wie soll ich das auch jetzt abartig wenn sie noch warm ist so lange noch hier ist was zu essen weiss wo ich esse die ich esse die beeren essen 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 so weiter geht's hier geht's runter vor das Gericht wo ist denn unser zuhause hier war das eine geile Höhne oh jetzt hat die blöde zu spitz haben gezogen wir sind ein kleiner weg kleiner durch der weit hier kann man nicht sagen oh wir sind das hier soll ich da sein männer alter war ich jetzt erschrocken wer macht denn sowas jetzt kommt aber nur sturm wir müssen aber jetzt schnellstens zu hause äh ich komme hier ist wieder ein teich steht ihr zuhause schon nein geiße jetzt schreien irgendwelche leute im wald wieder ich sehe unser haus ich sehe unser hüß ach ja wir sind da ich komme da 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 der ein oder andere könnte man ja schon gebraucht das geld von garten ja hier läuft immer nur los um mich rum das ist unser häuschen ja wir müssen noch reisen gehen jetzt will ich aber trotzdem mal eine kassette anhören ja ich glaube das waren die falschen beeren das mit der kassette ja guck mal eine wand ja jetzt müssen weiter holz sorgen das ist unser haus vielleicht heute noch nicht kriegt die untere wand ich mach jetzt einfach mal hier wird jetzt so wo ist die kettensäge wo liegt die denn im ruchs alter alter schweiß oder jeter tja rucki zucki ich schreit ja richtig wie packt man die wieder das ist natürlich geil das ist natürlich mal geil noch einstamm wenn man da ich habe ich fertig gut wenn wir da mit unserem boot unterwegs sind alter da wisst du was los ist das ist alles fertig ist alles fertig können wir können wir mal speichern wir können uns quasi losfahren naja das sieht doch ganz gut aus hier oder kriegt man eine menge holz weg wo er hier auf geht ja auch ne mal freilassen warte mal steckchen haben wir ja noch oder ich hab noch stückchen daher hier ist da oben hoch zum baum so muss der baum dahinten ist der baum lass uns der baum da war wir sind aber doch wir sind aber schon wieder so ja gut dann machen wir drei mädchen komm lass speichern ja dann lassen wir ins bett gehen muss gehen ins bett brauchen wir noch nicht ja aber speichern ja so liebe leute wenn ihr euch gefallen hat guckt bei den anderen vorbei schreibt uns was in der flaschenpost dann sehen wir uns in der nächsten folge auf dem weg zum baum bis dann tschüss